Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch den YouTuber namens Dobro vor oder Dobro es ist ein YouTuber da werden jetzt viele sagen hey ein Minecraft Spieler warum machst du nur Minecraft Let's Player die du mit in deine Kanalvorstellung mit reinnimmst und so weiter und so fort ja Leute ich stelle ganz einfach die Leute vor die sich auch wirklich dafür interessieren oder die mir einfach gefallen und er hatte jetzt einen Kontakt geschrieben hatte gesagt hey könntest du meinen Kanal mal vorstellen und warum soll ich es nicht machen jetzt wenn viele sagen hey ich habe mir das Video angeschaut seine Stimme ist ja wie ein elfjähriges Kind und so weiter und so fort aber Leute ihr müsst mal eines davon abziehen er hat ein wirklich hoch qualitatives meiner Meinung nach und gutes Bild da können jetzt viele sagen hey das Titelbild ist verpixelt oder so nein das Titelbild ist wirklich gut und ich finde es auch gut von der Zusammenstellung von dem Minecraft ja Spielern und von seiner Aufschrift man kann das Doro kann man auch gut lesen natürlich wenn man das P nicht genau hinschaut liest man Doro aber das ist nicht schlimm man liest ja hier auch in der ja Kanal Beschreibung und so weiter und so fort öfter seinen Namen und hier haben wir noch ein Profilbild und da ist auch nochmal ein Minecraft Menschen abgebildet der Kanal hat 153 Abonnenten jetzt steht hier von der Filmhof sich natürlich weil ich ihn abonniert habe Beitritt war am 6.7. 2016 also genau vor drei Monaten und 2253 Aufruf und guten Tag Freunde willkommen auf meinem Kanal nach Smiley hier erwartet dich einmal pro Woche ein handgekattetes Video ja wer es nicht weiß oder so Katzen einfach Schnitte in einem Video wie zum Beispiel Kongrafter und da kann jetzt auch jeder seine Meinung haben aber ich finde Kat Videos auch irgendwie recht cool aber auch Videos die man so aufnimmt finde ich auch recht nice tausend aufrufen und 208er 2.016 100 Abos und 208er 16 und 2000 9 27.9er 16 ja das wurde er scheinbar erreichen auch wo ich habe und nimmt es gerne auch woher das hat alles erreicht und ja die Karte die Videos ist auch so eine Sache wie sich also viele auf YouTube Deutschland wollen meistens in letzter Zeit öfter auch Leute sehen die ohne Katzen Videos Re-Upload deswegen mache ich auch öfter Videos wo nicht gekattet sind aber Kat Videos sind auch mehr recht cool da kann man coole Effekte einfügen er zum Beispiel ein Intro gemacht Kanalverstellung der Pro da hat er seinen Kanal vorgestellt 5 Arten von Bad Wars Spielern und ja da könnt ihr einmal draufklicken er macht so ungefähr alle Woche macht er ein Video und seine Videos sind aktuell hier diese 11 Stück und ich die von mir finde ich auch recht cool könnt ihr mal gerne seinen Kanal anschauen Link dazu in der Videobeschreibung und ja auch in der Ruhr und YouTuber kennt den ich vorstellen könnte dann schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht und ich stelle denjenigen vor Ciao Peace and out tollen Tag oder tollen Abend oder gute Nacht Jo Tschüss